Mein neues Windows Phone aktualisiert alle meine Kontakte ständig live. Peter kann ich Ski fahren, ich kann schnell was Nettes schreiben und mein Handy wieder einstecken. So kann ich mich ganz auf das Spiel von meinem Sohn konzentrieren. Bin nicht so wie... Erde. Weniger verpassen, mehr Supervater sein. Das neue Windows Phone. Ab 3. November bei der Telekom.